Also wir sind von der Demokratie AG. Wir sind ca. 12 Schüler bei uns. Wir sind in verschiedenen Klassen. Wir sind jetzt im Moment nur 8. Wir haben für unsere Schule einen eigenen YouTube-Channel erstellt. Da haben wir unter anderem einen Imagefilm gedreht. Dafür ist extra jemand in unsere Schule gekommen und hat uns dabei unterstützt. Wir waren schon zweimal auf dem Landesdemokratietag in Ingelheim. Beim ersten Mal haben wir uns den Landesdemokratietag nur angeguckt und beim zweiten Mal haben wir unsere Schule mit einem internationalen Jugendaustausch zusammen vorgestellt. Diamedia hatten wir dieses Jahr auch eingeplant, aber die wurde jetzt leider abgesagt und das hat mir dann nichts zu verhindern. In der Demokratie AG versuchen wir uns in der Schule studieren einzubringen. Wir haben bei der SV-Wahl geholfen oder beim Weihnachtsmarkt hatten wir den eigenen Stand. Das Geld, das wir dort gemacht haben, ging dann an die Schule. Also in der Demokratie AG haben wir sehr viel über Politik und viel mehr über die Demokratie gelernt. Wir reden auch meistens über Probleme wie zum Beispiel Rassismus, Mobbing oder Diskriminierung. Die Probleme halt in der Schule, die es noch gibt. Wir versuchen zusammen einen Weg herauszufinden. Wir helfen so viel es geht in unserer Schule und unterstützen alles. Wir reden über verschiedene Themen in unserer AG und es macht uns sehr viel Spaß.